Das leuchtet dabei mit ganzem Zuhörer einen Anstieg, das Järtenland erlernt hat, zu wenden. Die Aufständischen wurden kurz zu einem Konzert eingeladen. 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 Vielen Dank. Ein Kosmonaut fiel von heute auf morgen nicht mehr auf. Niemand wollte seine Mondgeschichten hören. Daraufhin beschloss er, etwas Ausgefallenes zu tun, rannte auf die Straße, riss sich die Kleider vom Leiden und brüllte in ihr Heuchler. Die Leute lachten und barften mit Zigarettenstummel nach ihm. Vielen Dank.